Der Eberhard, der Eberhard aus Solingen, ne? Ja, da gehst du hin, komm mal her. Du gehst zum Eberhard nach Solingen, ne? Hallo, alles gut? Hey, komm mal her. Da ist deine Box, ne? Ja, da ist deine Box, ne? Alles gut? So. Alles ist gut, ne? Passt auf. Was ist hier los? Ha? So. Komm her. Alles ist gut, ne? So. Ja, das ist früher heute, ne? So. Es ist ein bestimmtes früherer Haustell, nicht? Wie sonst. So. Ja. Du gehst zum Eberhard nach Solingen, ne? Und wo ist die Wolke? Wo ist die Wolke? Da oben. Guck mal her, Wolke. Und du gehst auch zum Eberhard, ne? Ja. Ja, ihr beide? Komm mal her. Ihr beide geht zum Eberhard, ne? Ja. Alles gut, ihr beide? Ha ha. Du alte Rakete, ne? Ja. Ha? Was ist mit dir los, ne? So. Ha? Ha? Was ist... Der Pickstein hat's dir angetan. So. Der Pickstein hat's dir angetan, ja? Ja, nicht? So. Ha? Komm her. Komm her. Spinner, du, ne? Du kleiner Spinner. Ihr beide reißt los, ne? Wolke, was ist los? Wolke ist da am Ohr, oder was? Ha? Ist da die Wolke? Komm her. Ja, ihr beide? Erkrankt euch. Ha? Wolke. Haftest los. Komm her. Hopp. Alter, stinker. Ha? Wolke? Was ist los? Ha? Das war's euch, ne? So, jetzt geht's ab in die Box, ne? Jetzt geht's ab in die Box. Aha. Sollt ihr alle beide da rum? Hier. Sollt ihr alle beide in meinen Nacken? Oder wer ist das? Ha? So? Ne. Du bist hier am Pickstein, ne? So. Bist du hier am Pickstein? Den magst du wohl, ne? Magst du den? Ja, ne? So. Du magst den Pickstein? So, jetzt geht's aber in die Box. Jetzt gibt's keinen Pickstein mehr, ne? Jetzt geht's nach Lohlingen. Ja? Ja? Zum Eberhard. So. Komm mal her. Wo ist der andere da? Ja? Ja. Ja. Komm her. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Alle passen da nicht rein. Komm her. Warte doch. Was ist los hier mit euch? Hä? Was ist hier los? Ne? Ne? Ich hab dich. Ne? Komm her. Auch zum Eberhard. Ja? Bist du zum Eberhard? Ja? Gut. Hm? Zu dem Messerrand? Komm her. Komm her. Bist du zum Eberhard? Ja, ne? Komm her. Alter Spinner, du, ne? So. Hopp. Auch dich hab ich jetzt. Ne? Ja. Komm her. Der blaue Ring muss ab. Komm her. So. Jetzt oben rein. Hopp. So. Dann gucken wir noch mal auf das Fenster, ne? Dann gucken wir noch mal kurz auf das Fenster, ne? Ja? Alles gut Leute? So. Und du auch? Einmal Fenster gucken, ja? Einmal Fenster gucken, ja? So. Und jetzt werden sie hier noch zugeklebt. Hopp. Dann müssen wir hier nicht abhauen. Und jetzt werden sie hier noch zugeklebt. Hopp. Dann müssen wir hier nicht abhauen. Däumel. So. Ne? Erbegefahr. Jetzt seid ihr reise fertig. Däumel. Das hört ein Neu, aber. Das hört ein Neu. Das hört euch an. Das hört euch zu hart. Jetzt sind wir schön.